Wenn in der großen Ernteschlacht landesweit die Kohlernte eingebracht wird, haben die Propaganda-Brigaden viel zu tun. So etwas gibt es nur noch in Nordkorea, dem letzten streng kommunistisch regierten Land der Welt. Strahle hell, du erbroche der Arbeiterpartei, genähert von der Sonne unseres großen Führers, singen sie. Die Arbeiter achten weder auf die Sänger noch auf die Beschallungswagen. Volksgenossen, die ihr erwählt seid vom großen Führer, erntet nun den Winterkohl. Für die Gesundheit der Volksgenossen, schlaget nun die große Herzschlacht. Euer Herz, es brenne heiß. Taek-Am ist eine von über 3000 landwirtschaftlichen Kooperativen in Nordkorea und gewiss eine Vorzeugekooperative. 650 Familien leben hier, eine davon ist Familie Ko. Von Ko-Jung-Hui lernen wir ein Wort, das den Männern in Nordkorea wichtig ist. Schicksal, das heißt Essen. Morgens machen wir erst mal Essen, dann aufs Feld, dann wieder kochen und so weiter. Wir Frauen arbeiten und kochen. Die Männer wollen ja ihr Essen. Ach, es wäre schon schön, in unserer Hauptstadt zu leben. Aber dank unseres Führers haben wir auch auf dem Land alles, was wir Frauen brauchen. Als in den 50er Jahren die Bauern Kooperativen bilden mussten, war Großvater Ko dabei. Schade, dass er uns nichts erzählen wird oder darf. Aber wir sind schon froh, dass wir bei einer ganz normalen Familie Gast sein dürfen. Das ist Ausländern in Nordkorea eigentlich nicht erlaubt. Ko-Jung-Hui verbringt mehr Zeit am Herd, als er lieb ist. Der koreanische Mangulu, eben das Essen pünktlich auf dem Tisch, dreimal am Tag. Ihr Mann, Rim Yong-Jol, leitet die Ackerbau-Brigade 1. Er sucht den Genossendirektor. Seit 2002 ist vieles anders für die Kooperativen. Sie bekommen nicht mehr alles von oben befohlen, können freier wirtschaften, sogar einen Teil der Ernte selbst vermarkten. Da gibt es viel zu besprechen. Auch über die Ochsenzucht und das große Problem der Kooperative, den Energiemangel. Ja, stimmt, das ist landesweit das große Problem. Wir züchten jetzt Ochsen, als Zubtiere. Ziel ist vier Ochsen pro Hektar. So wollen wir den Plan dennoch erfüllen. Schön wär's. Mit Ochsen pflügt man nicht tief genug, wodurch Unkraut hochkommt und den Getreidewuchs behindert. Man verliert ein Drittel der Ernte oder mehr. Weiß herinnen. Wir nehmen Strom und Benzin nur noch fürs Allerwichtigste. Für die Bewässerungspumpen oder das Dreschen. Sonst machen wir eben alles mit Ochsen. Vor allem Pflügen und den Transport. Halt mit Ochsenkarren statt mit LKW. Was soll man machen? Wir sind ein moderner Betrieb mit 37 Traktoren. Die würde ich auch lieber einsetzen. Aber die Situation, die ist halt nicht so. Endlich, das Mittagessen. Vielleicht eigens inszeniert für unsere Kamera. Womit man in Nordkorea immer rechnen muss. Doch Familie Ko isst, was sie häufig isst. Ein urkoreanisches Gericht, Sam genannt. Reis nur mit Sojapaste in Salat gewickelt. Familie Ko hat einen zweijährigen Sohn. Er heißt Chol mit Vornamen, wie der Vater. Ist aber selten zu Hause. Gerade wird er in der Kinderkrippe der Kooperative zum Mittagsschlaf gelegt. In Nordkorea gibt man Kinder bereits im Alter von sechs Monaten tagsüber in die Obhut des Staates. Das ist freiwillig, aber jeder tut es. Während die Kleinen schlafen oder auch nicht, singen die Größeren ein Lied. Ein Loblied. Natürlich auf den Führer Kim Jong-il. Wenn wir morgens früh aufstehen, grüßen wir zuerst den verehrten Führer. Singen sie. Unser oberstes Ziel ist, die Kinder zu treuen Söhnen und Töchtern unseres Genossen Generals Kim Jong-il zu erziehen. Gesund, wehrhaft und treu müssen sie werden. Denn das ist das Wichtigste. Ein treues Herz für den Führer. Alle unsere Lieder haben einen bestimmten Zweck. Lieder ohne Zweck singen wir nicht. Durch die Lieder sollen die Kinder sich früh an die Treue zum Führer gewöhnen. Dass sie noch so klein sind, macht nichts. Da können sie es sich umso leichter einprägen. Wenn ich nachts so liege und nicht schlafen kann, denke ich an mein Kind, was einmal aus ihm wird. Tja, als Mutter, man sorgt sich halt. Dann hoffe ich, dass er mal ganz stark wird und für unseren lieben Führergenossen General Kim Jong-il ein ergebener Soldat. Wir verlassen Taekang, fahren über Land. Unser Ziel ist Hamhung, eine Industriestadt an der Ostküste. Nordkorea ist ein schönes Land, gebirgig, mit wenig Platz für Ackerbau. Auch unter besten Bedingungen kann es nur zwei Drittel seiner Bevölkerung ernähren. Existieren kann Nordkorea nur als Industrieland. Wir erreichen Hamhung, Nordkoreas Chemiestadt. Sie hat 400.000 Bewohner und den Beinamen die Deutsche Stadt. Weil Ingenieure aus der DDR nach dem Koreakrieg halfen, sie wieder aufzubauen. Die Hauptstraße heißt noch immer Wilhelm-Piek-Straße. Und sie haben mit den Deutschen gearbeitet. Frau John und Harry wurden sogar in der DDR ausgebildet. Dort wurden sie ein Paar. Das sind sie bis heute. Sie haben schmerzhaft erlebt, was in ihrer Stadt passierte, als das Sowjetreich unterging. Dass Nordkorea bis dahin die Energie lieferte. Wenn man keine Energie hat, da kann man auch kein Werk betreuen. Also das trafen alle unsere Werke, was in Hamung sind. Erstens Kohle hatten sie nicht, Strom hatten sie nicht. Und die Arbeiter hatten fast nichts zu essen. Harry ist Chemieingenieur, 65 Jahre alt und pensioniert. Lange hat er in den fünf riesenhaften Chemie- und Düngerwerken unterrichtet. Als 1995 zur großen Wirtschafts- und Energiekrise nach Naturkatastrophen hinzukamen, begann die Zeit des Hungers. Auf dem Land konnte man sich in schlimmster Not noch selber helfen. In den Städten nicht. Wir haben versucht, alles zu essen, was man essen kann. Also Eicheln und so weiter, was auf den Bergen wächst. Und alle Kräuter, die keine Gifte hat, das haben wir auch gegessen. Sogar Kiefernadel haben wir auch gegessen. Die Bilder sind nicht an einem Sonntag aufgenommen. Kräne und Züge stehen still. Bis auf wenige Betriebe in der Hauptstadt liegt Nordkoreas Industrie am Boden. Werke laufen auf 5% der Kapazität, wenn sie nicht stillstehen. Hochlebe Kim Jong Il. Das Gehirn des 21. Jahrhunderts steht auf den Tafeln am Stadtrand von Ham Hung. Wissen Sie, da hinten ist dieser Berg. Da waren so viele Bäume, dass es auch dort sehr viele Rehe und Fasanen gaben. Heute steht kein einziges Baum. Wissen Sie? Wir hatten nichts zu feuern, nichts zu essen, kein Licht. Naja, kein Strom, dann ist auch kein Wasser da. Es war sehr schmierig. Ham Hung. Vor allem die kostensparende Plattenbautechnik haben die DDR-Helfer damals eingeführt. Herr Rieh ist mit seiner deutschen Zeit innig verbunden. Weil er so freundlich ist, wagen wir die Frage, nach all dem Niedergang wäre es nicht Zeit, den Kommunismus aufzugeben. Also, ich glaube nie, dass wir andere wegschreiten werden. Dann hätten wir schon sowieso früher geschritten, ohne Probleme dann. Aber was wir angefangen haben, das lassen wir nie zu, dass jemand das zerstört. Wissen Sie, ein Deutscher hat mir gefragt, Korea kann nicht aushalten. Dann, wenn Amis wollen, zwei, drei Jahre, dann habt ihr nichts zum Essen mehr. Da habe ich gesagt, wir lassen uns nie biegen, wenn auch zerbricht. Herr Rieh spricht über die schlimmsten Jahre, die Vergangenheit. Inzwischen hat sich die Ernährungssituation stabilisiert. Vor allem dank weltweiter Hungerhilfe. Doch ohne diese Konvois wäre die Not rasch wieder akut. Autofahren macht Spaß auf den völlig leeren Autobahnen. Wir fahren nach Pyongyang, der Hauptstadt. Es ist November und im ganzen Land wird nun der Kohl geerntet. Die einzige Vitaminquelle im harten Winter. Die Schüler ziehen auf die Felder. Werke wie Theater sind geschlossen. Und zwei Wochen lang herrscht Ausnahmezustand. Alles, was fährt, fährt nun Kohl in die Stadt. Nordkorea schlägt die große Ernteschlaf. Scharf eingelegt wird aus dem Kohl Kim-Chi, Koreas Nationalgericht. Jede Familie bekommt ihre Zuteilung. Dann hat Frau Kang immer viel zu tun. Sie überwacht die Zuteilung für ihren Inminban. Pyongyang ist unterteilt in Bezirke, diese in Stadtgemeinden und die wiederum in tausende Inminban. Die kleinste Einheit. In den Plattenbauten vier bis fünf Etagen. Dem Inminban Nummer 49 im Zentralbezirk steht Rentnerin Kang vor. Sie macht Kim-Chi wie alle jetzt. Der Kohl wird gesalzen und mit Chili scharf eingelegt. Jede Frau würzt Kim-Chi auf ihre Art. Rezepte werden gehütet und nur an die Tochter weitergegeben. Wie in jeder Wohnung dudelt ein Radio, das man nur leiser stellen, aber nicht abstellen kann. Das Sprachrohr der Partei. Als Chefin des Inminban habe ich verschiedene Pflichten. Einmal, wenn es Mitteilungen gibt oder Beschlüsse vom Volkskomitee oder der Partei, dann gehe ich von Tür zu Tür und informiere meine Familien persönlich. Bei mir sind es 23 Familien, auf die ich aufpasse. Und wenn die Anliegen haben, Wünsche oder wenn es hier Unregelmäßigkeiten gibt, dann melde ich das nach oben weiter. Wir glauben nicht, dass Frau Kang in dieser Wohnung lebt. Wir glauben, in einer der legendären Scheinwohnungen zu sein, die das Außenministerium zum Vorzeigen unterhält. Immer ist alles adrett arrangiert. Immer kommt die Fische-Enkelin vorbei. Ob sie echt ist oder nicht, weiß man nie. Im Krieg, wenn uns zum Beispiel die Amerikaner angreifen, ordne ich die Verdunklung an. Die kontrolliere ich. Und alle folgen meiner Anordnung. Und dann schaue ich raus, ob die Amerikaner chemische Waffen einsetzen. Dafür bin ich auch zuständig. Dann verteile ich die Gasmasken. Wir sind immer bereit. Wir warten nur auf den Befehl. Nordkorea, ein Land wie aus der Zeit gefahren. Wir glauben uns zurückversetzt in die 70er Jahre, in die Glanzzeit des Kommunismus. Pyongyang erscheint uns wie eine Filmkulisse. Riesenhafte Monumente, weite Aufmarschplätze. Und über allem steht er. Der gottgleiche Kim Il-sung. Mit sowjetischer Hilfe und nach sowjetischem Modell hat er 1948 das Land gegründet. Auch wenn heute sein Sohn Kim Jong-il regiert. Präsident ist immer noch er. Der 1994 verstorbene Kim Il-sung. Er weiß den Weg. Bis heute. Aus dem Jenseits. Die Morabong-Mittelschule ist gewiss eine Vorzeigeschule. Erstaunlich ist, was hier unterrichtet wird. Haus! 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 Englisch ist neuerdings Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen in Nordkorea. Auch die Universitäten lehren verstärkt Englisch. Und Funktionäre lassen ihre Kinder privat unterrichten, hört man. Begierig lernen die Kinder die Sprache des Feindes. Warum lernen wir Englisch, fragt Frau Chal. Wir lernen Englisch, um in der ganzen Welt Werbung für unseren Führer und unsere Revolution zu machen. Und um die Technik des Auslands zu nutzen. Mit Englisch kann ich mit Ausländern sprechen. Und ich kann erfahren, was woanders auf der Welt geschieht. Ich will auch unsere Technik fortentwickeln, mit dem Wissen aus anderen Ländern. Und ich möchte sehr gern ausländische Bücher lesen. Deshalb lerne ich Englisch. Schulhofalltag. Wir dürfen ihn filmen, so wie er ist. Vor zwei Jahren noch hätte man die Schüler für die Kamera antreten lassen. Frau Cha Yongmi hat noch einen ganz wichtigen Termin. Die Flaggen künden einen Festtag an. In den Schönheitssalons herrscht Hochbetrieb. Der Besuch kostet nur wenig. Schließlich trägt Pyongyang den Beinamen Paradies der werktätigen Massen. Bei uns gehen die Frisuren nach Funktion und Beruf und auch sehr nach dem Alter. Also junge Frauen wollen die Haare lang. Die wollen einfach nur schön sein, sonst nichts. Im mittleren Alter wollen die Frauen immer zehn Jahre jünger aussehen, also kürzere Schnitte. Ältere Frauen wollen noch jünger aussehen. Da wird es dann schwierig. Also auch kurz. Zugleich pflegeleicht. Also viel Dauerwelle. Seit zwei, drei Jahren ändert sich das Straßenbild. Langsam zwar und auch nur ein wenig. Doch immer mehr Frauen tragen Handtaschen und schicke Kostüme. Und frische Farben leuchten auf im nordkoreanischen Grau. Neu sind die vielen Kioske in der Stadt. Sie verkaufen nur Bonbons oder Limonade und sind doch Symbol einer neuen Zeit. Denn sie werden nicht vom Staat, sondern von Nachbarschaftsgruppen, von Hausfrauen betrieben. Privatwirtschaftlich. Und die erste Werbetafel ist da. Der Kleinwagen wird seit kurzem gemeinsam mit Südkorea gebaut. Ein klein wenig verändert sich sogar Nordkorea. Vor allem sind im ganzen Land Märkte entstanden. Hunderte, Tausende. Der Tongil-Markt in Pyongyang ist einer davon. Der größte. Hier verkaufen kooperativen Bauern einzeln oder im Kollektiv an die Stadtbewohner. Auf eigene Kasse. Privat. Woanders in Asien wäre es ein Markt von vielen. Hier ist er ein exotisches Wunder. Eine Sensation. Hier gibt es alles im Überfluss. Auch Luxuswaren wie Wollhandkrabben. Natürlich nur für den, der Geld hat. Offiziell existiert dieser Markt gar nicht, weil im Kommunismus ja der Staat die Bürger versorgt. Doch der Staat duldet die Marktfrauen, regelt inzwischen die Märkte, baut weitere Markthallen. Ob die Neuerungen aber Bestand haben, ist nicht sicher. Morgen schon könnte das Rad wieder zurückgedreht werden. Zeichnen ist eine Leidenschaft. So schöpft Ritong Chan frühmorgens Kraft. Sein Job wird immer anspruchsvoller neuerdings. Ständig muss er sich etwas einfallen lassen, der Direktor des Pyongyanger Schuhkombinats. Mit attraktiven Modellen muss er für Absatz sorgen, neuerdings. Fast wie in der Marktwirtschaft. Da gibt es schon wesentliche Unterschiede. Das sozialistische Prinzip des Kollektivismus, des Volkseigentums, verstehen Sie, bleibt unser oberstes Prinzip. Das werden wir nie ändern. Aber unter diesem Prinzip soll die Produktivität des einzelnen Arbeiters wie des ganzen Werkes maximal erhöht werden. Was wir erreichen wollen, ist höchstmöglichen Profit. Profit, ein neues Wort in Nordkorea. Geld war den Menschen lange unwichtig. Löhne und Preise waren in der Plan- und Versorgungswirtschaft bedeutungslos. Das hat sich geändert. Henrys Schuhe werden heute nicht mehr verteilt, sondern verkauft. Zwar bestimmt noch immer der Staat den Preis, Doch tut er dies zunehmend realistisch, marktorientiert. Es wird auch langsam beseitigt, dass Parteiorgane die Werke von oben herunter steuern. Das hat unsere Flexibilität immer behindert. Ich habe nun viel mehr Entscheidungsmacht, auch mehr Verantwortung für den ökonomischen Erfolg. Ich muss kreativ sein, Produkte schaffen, die gefragt sind. Ich muss Produktivität und Rentabilität erhöhen. Dahin geht es. Früher hatte alle Arbeiter fast gleich bezahlt, vor allem gleich niedrig. Jetzt werden die 1300 Beschäftigten nach Qualifikation und nach Leistung bezahlt. Das verändert vieles für die Arbeiter, sagt der Rektorie. Eigentlich ihr ganzes Leben. Wie die Neuerungen in der Wirtschaft den Alltag der Menschen verändern werden, wird sich zeigen. Den Schuhmodellen des Herrn Rie haben sie gut getan. Das ist jetzt die letzte Kollektion. Sehen Sie? Keine Einheitsmodelle, sondern viele und vor allem verschiedenste Modelle. Nun ja, Frauen lieben halt schöne Schuhe. Hier die lange Spitze, sehr gewünscht gerade. Oder dieses Modell mit Blockabsatz. Nicht so modisch, aber gerne gekauft. Wir schaffen es kaum genug zu produzieren. Also, dass unsere Frauen im Einheitsgrau herumlaufen und nur Marschierstiefel tragen, das ist ein Vorurteil. Das möchte ich korrigieren. Wenn auf den großen Plätzen der Stadt Massengymnastik eingeprobt wird, kann man sicher sein, dass ein revolutionärer Feiertag bevorsteht. Dieses Mal sogar der wichtigste Feiertag Nordkoreas. Und diese beiden Herren haben damit zu tun. Yonggum Riyang und Kim Hyok sind Freunde und zugleich Kollegen. Sie sind, wie alle Kulturschaffenden, jetzt damit beschäftigt, den Geburtstag des großen Führers Kim Il Sung vorzubereiten. Nordkorea liebt ihn über alles. Den Chorgesang. 70 Profiköre singen allein in der Hauptstadt. Über 5000 im ganzen Land. Darunter viele Armeeköre. Man pflegt vor allem eine Stilform, den Heldenchor. Nicht schlecht, aber bitte gleich nochmal, sagt Yonggum Riyang. Und denkt dran, artikuliert, wuchtig, gefühlvoll. Bitteschön. Als Dirigent will ich vor allem das Gefühl der Zuhörer erreichen. Die Kraft des Klangs soll Ehrfurcht erzeugen, Hingabe, Bewunderung. Der Klang soll, wie wir sagen, ein treues Herz für den großen Führer bewirken. Das Stück ist übrigens ein Klassiker, eine Hymne an Partei und Führer mit dem Titel Wir werden Dir für immer folgen. Man hört es dauernd in Nordkorea. Tag und Nacht beschallt man damit Plätze und Monumente. Ständig läuft es im Radio. Wir haben Pyongyang verlassen, um zu einem mythischen, ja heiligen Ort Nordkoreas zu fahren. Eine eigens gebaute Autobahn, wie immer völlig leer, führt uns ins Mueyang-Gebirge. Mueyang ist berühmt für seine eisklaren Bäche und seine wohlduftenden Kiefernwälder. Korea heißt Land der Morgenstille. Das buddhistische Kloster Pyongyang ist tausend Jahre alt und eine Wiege koreanischer Kultur. Es ist vorbildlich restauriert und wird vorbildlich gepflegt. Zwei Muenche leben sogar in der weitläufigen Tempelanlage. Schließlich herrscht Religionsfreiheit in Nordkorea. Religion ist nicht verboten, aber de facto ersetzt durch allumfassende Verehrung des Fuehrers. Der beruehmte Tempel ist längst ein Museum. Unter unserer Regierung gibt es einen buddhistischen Dachverband, mit Büros in jeder Provinz. Nach deren Anweisungen arbeiten wir. Ansonsten sind wir aber völlig frei, unseren buddhistischen Glauben zu praktizieren. Direkt neben dem Poyon-Tempel und auch in seinem Stil gebaut, liegt der Eingang zu einer sehr nordkoreanischen Verehrungsstätte. Für viele Nordkoreaner ist der Besuch ein Höhepunkt ihres Lebens. Tief in den Berg hinein geht es. 7000 marmorene Quadratmeter umfassen die unterirdischen Hallen, in denen man sich andächtig und urflüsternd bewegt. Ich will den Gimelsong-Dong-Jen und den Gimelsong-Jen 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 und den Gimelsong-Jen. Hier wird ausgestellt, was er, der große Führer, von seinen sozialistischen Freunden geschenkt bekam. Von Stalin diese gepanzerte Limousine. Von Ceausescu einen Bären, angeblich selbst geschossen. In einem der 200 Räume werden die deutschen Reliquien bewahrt. Den Teddy schenkte die FDJ. Die Nähmaschine und das Jagdgewehr sind von Erich Honecker. Der schenkte immer etwas Praktisches, wie diese Pistole zum Beispiel. Noch einmal fahren wir übers Land. Seit es keinen Dünger mehr gibt, bringen die Bauern wieder Mist auf die Felder. Die Pflanzzeit hat begonnen. Die Armee hilft. Und das ist unser Ziel. Kaesong, eine 100.000 Einwohnerstadt im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Südkorea. Bei Kaesong, in einer Sonderwirtschaftszone, bauen Nord- und Südkorea neuerdings gemeinsame Fabriken. Wie die feindlichen Bruderstaaten zusammenarbeiten, hätten wir zu gerne gesehen. Aber es wird nicht erlaubt. Da wir schon einmal da sind, schauen wir uns um. Die Polizei ist hier nicht ganz so zackig wie in der Hauptstadt. Stolz ist man auf die superbreite, aber meist autofreie Hauptstraße. Vor allem aber auf die Geschichte der Stadt. Kaesong war Hauptstadt des mittelalterlichen Koryo-Reiches. Und blieb später im Koreakrieg wie durch ein Wunder unzerstört. So findet man in Kaesong die einzige Altstadt Nordkoreas. Und er ist dort zu Hause. Herr Ho, 62 Jahre alt. Ein Apotheker in Pension, den seine Freunde nur Professor nennen, weil er stets ein Buch vor der Nase hat. Für ein koreanisches Haus nimmt man erstmal große Steine als Fundament. Darauf stellt man dann Balken, ordentliche, aus Kiefernholz. Die werden mit Querbalken verzahnt, damit es stabil wird. Darauf das Dach. Und das Wichtigste ist, es muss fliegend aussehen. Verstehen Sie? Fliegend. Gewärmt werden unsere Häuser durch die alte koreanische Bodenheizung, genannt Ondol, die im Steinfundament drin ist und vom Herd der Küche beheizt wird. Es wird von unten her warm. Und dann ist das Haus immer nach Süden gerichtet, damit Luft, Wärme und immer schönes Licht hereinkommen. Für diese Wurzeln ist Kaesong berühmt. Ihr Anbau ist eine hohe Kunst, die hier in Kaesong begründet wurde. Über Koreas legendäre Kraftwurzel, die tausend Krankheiten besiegen kann, wie man hier sagt, weiß keiner mehr als er, Herr Ho, Apotheker und Ginsengmeister. Nun schauen Sie mal, das ist er, der Koreo-Ginseng aus Kaesong. Er hat Menschenform. Oben der Kopf, dann der Körper und die Beine. Das hier ist Dreijähriger, auch schon gut. Daraus machen wir aber nur Ginseng-Schnaps, der viel exportiert wird. Aus älteren, grösseren, fünfjährigen, wie diesen Wurzeln, wird Hongsan und Baeksan, roter und weißer Ginseng, also sehr gefragte Medizin. Es ist auch ein Exportgeschäft. Wir verdienen damit Devisen. Vor tausend Jahren wurde in Kaesong die Wirkung der Wurzel erkannt. Heute wird Ginseng in der ganzen Welt als Vitalitätsspender und Heilmittel genutzt. Es gibt sechs Sorten weltweit. Und andere Länder haben heute auch Ginseng, aber der ist nicht echt. Unser Ginseng hat 50 Mal mehr Wirkstoffe. Das Geheimnis ist das ideale Klima, vor allem aber die Erde. Hier ist sie perfekt für Ginseng. Sie besteht aus vier Sorten Sand. Sie ist weich, wir sagen höflich zum Ginseng, der empfindlich ist wie ein Baby. Und auch so behandelt werden muss. Ginseng ist ein lukratives Exportgeschäft für Nordkorea. Ginseng-Felder werden stets bewacht. Und auch den Erntebrigaden sind immer ein paar Männer beigestellt, die nichts anderes tun als aufpassen. Neben dem Klima und dem Boden gibt's noch ein Geheimnis. Das sind die Menschen hier. Die sind geschickt und nutzen tausend Jahre Erfahrung. Beim Ginseng macht man immer eins nach dem anderen. Ginseng ist empfindlich. Da kann man nicht so hektisch herummachen. Ginseng verlangt Gründlichkeit. Hier war tausend Jahre die Hauptstadt der Koryo-Dynastie. Hier geht alles eins nach dem anderen. Wir müssen uns beeilen. Der große Führergeburtstag steht nun unmittelbar bevor. Leere Straßen. Riesige Wohnmaschinen. Zurück in Pyongyang. Musik Immer am Tag vor dem Geburtstag des großen Führers werden die Neunjährigen vor dem Kim Il-sung Mausoleum zu den jungen Pionieren aufgenommen. Verdiente Volksgenossen binden den Kindern die roten Pioniertücher um. Fünf Jahre werden sie bei den Pionieren bleiben, um dann zur Kim Il-sung Jugend zu wechseln. Die Mitgliedschaft ist freiwillig, aber es ist völlig undenkbar in Nordkorea, sein Kind nicht zur Pionierweihe zu schicken. Unser Chor macht sich bereit. Es ist früh am Morgen des 15. April. Der Geburtstag des großen Führers und Staatsgründers Kim Il-sung hat begonnen. Musik Den ganzen Tag ziehen Betriebsgruppen, Armee-einheiten, 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 Armee-einheiten und Armee-einheiten. Und Familien auf den Manzu-Hügel, um sich vor der 20 Meter hohen Führerstatue zu verneigen. Während unten in der Stadt der Jong-Yon-Kor unter Dirigent Jong-Kum-Riang die einstudierte Hymne auf Partei und Führer intoniert. Musik Am 15. April ist ganz Pyongyang auf den Beinen. Die riesigen, sonst leeren Plätze bei den Monumenten sind nun voller Menschen. Für sie ist der Führergeburtstag ein Höhepunkt des Jahres. Musik Wir werden Dir für immer folgen. Unser Herz, es brennt im heißen Schwur, singt Herr Kim, der Solist. Musik Im großen Gewächshaus von Pyongyang wartet schließlich das Glanzlicht des Festtages. Die ganze Stadt geht hin zur Ausstellung der Führerblumen. Musik Die Kim Il-Sung-Ya, eine Orchidee, und die Kim Jong-Il-Ya, eine Begonie. Musik Kombinate, Ministerien und Armee-Einheiten züchten über den Winter diese Blumen um die Wette. In beheizten Gewächshäusern, dem Energiemangel zum Trotz. Musik Manche indes verbringen den Tag, zumindest den Nachmittag, im Park. Vor allem die Älteren. Musik Oft in den traditionellen langen koreanischen Kleidern tanzt man alte koreanische Weisen und besingt nicht die Partei, sondern die Liebe. Musik Manche beschließen den Tag in einem der schicken, neuen, halb privaten Restaurants, von denen in kurzer Zeit über 100 eröffnet haben. Hier gibt es alles, selbst die verbotene Coca-Cola. Für den, der Geld hat. Und manche haben es. Auch hier, wo sich die Söhne und Töchter der Bessergestellten vergnügen, glaubt man sich nicht mehr im kommunistischen Nordkorea. Musik Die kleinen alltäglichen Neuerungen, vor allem in der Wirtschaft, haben das abgeschottete Land schon jetzt verändert. Doch auf Reformkurs ist Nordkorea nicht. Jederzeit können die Lockerungen gestoppt werden. Denn das Land hält eisern am Kommunismus fest, präsentiert ihn an Tagen wie diesen als Operette. Junggum-Hyang dirigiert, wenn abends auf dem Kim Il-sung-Platz ein fröhliches Nordkorea inszeniert wird. Musik 10.000 Jugendliche tanzen. Nicht freiwillig und ohne Freude. Musik Die Weltgeschichte hat den Kommunismus schon länger ins Museum gestellt. Musik Nur noch in Nordkorea huldigt man einer längst versunkenen Idee. Mit Heldenchor und Fahnenlauf und am Bild des großen Führers. Und jeder, der das Land besucht, denkt die eine Frage. Wie lange noch? Musik Was wir erreichen wollen, ist höchstmöglichen Profit. Profit, ein neues Wort in Nordkorea. Geld war den Menschen lange unwichtig. Löhne und Preise waren in der Plan- und Versorgungswirtschaft bedeutungslos. Das hat sich geändert. Henrys Schuhe werden heute nicht mehr verteilt, sondern verkauft. Zwar bestimmt noch immer der Staat den Preis, doch tut er dies zunehmend realistisch, marktorientiert. Es wird auch langsam beseitigt, dass Parteiorgane die Werke von oben herunter steuern. Das hat unsere Flexibilität immer behindert. Ich habe nun viel mehr Entscheidungsmacht, auch mehr Verantwortung für den ökonomischen Erfolg. Ich muss kreativ sein, Produkte schaffen, die gefragt sind. Ich muss Produktivität und Rentabilität erhöhen. Darin geht es. Früher hatte alle Arbeiter fast gleich bezahlt, vor allem gleich niedrig. Jetzt werden die 1300 Beschäftigten nach Qualifikation und nach Leistung bezahlt. Das verändert vieles für die Arbeiter, sagt der Rektorie. Eigentlich ihr ganzes Leben. Wie die Neuerungen in der Wirtschaft den Alltag der Menschen verändern werden, wird sich zeigen. Den Schuhmodellen des Herrn Rie haben sie gut getan. Das ist jetzt die letzte Kollektion. Sehen Sie? Keine Einheitsmodelle, sondern viele und vor allem verschiedenste Modelle. Nun ja, Frauen lieben halt schöne Schuhe. Hier die lange Spitze, sehr gewünscht gerade. Oder dieses Modell mit Blockabsatz. Nicht so modisch, aber gern gekauft. Wir schaffen es kaum genug zu produzieren. Also, dass unsere Frauen im Einheitsgrau herumlaufen und nur Marschierstiefel tragen, das ist ein Vorurteil. Das möchte ich korrigieren. Wenn auf den großen Plätzen der Stadt Massengymnastik eingeprobt wird, kann man sicher sein, dass ein revolutionärer Feiertag bevorsteht. Dieses Mal sogar der wichtigste Feiertag Nordkoreas. Und diese beiden Herren haben damit zu tun. Junggum Rieang und Kim Hyok sind Freunde und zugleich Kollegen. Sie sind, wie alle Kulturschaffenden, jetzt damit beschäftigt, den Geburtstag des großen Führers Kim Il Sung vorzubereiten. Nordkorea liebt ihn über alles. Das traf alle unsere Werke, was sie in Hammung sind. Erstens Kohle hatten sie nicht, Strom hatten sie nicht und die Arbeiter hatten fast nicht zu essen. Harry ist Chemieingenieur, 65 Jahre alt und pensioniert. Lange hat er in den fünf riesenhaften Chemie- und Düngerwerken unterrichtet. Als 1995 zur großen Wirtschafts- und Energiekrise nach Naturkatastrophen hinzukamen, begann die Zeit des Hungers. Auf dem Land konnte man sich in schlimmster Not noch selber helfen. In den Städten nicht. Wir haben versucht, alles zu essen, was man essen kann. Also Eicheln und so weiter, was auf den Bergen wächst. Und alle Kräuter, die keine Gifte hat, das haben wir auch gegessen. Sogar Kiefernadel haben wir auch gegessen. Die Bilder sind nicht an einem Sonntag aufgenommen. Kräne und Züge stehen still. Bis auf wenige Betriebe in der Hauptstadt liegt Nordkoreas Industrie am Boden. Werke laufen auf 5% der Kapazität, wenn sie nicht stillstehen. Hoch lebe Kim Jong Il. Das Gehirn des 21. Jahrhunderts steht auf den Tafeln am Stadtrand von Ham Hung. Wissen Sie, da hinten ist dieser Berg. Da waren so viele Bäume, dass auch dort sehr viele Rehe und Fasanen gaben. Heute steht kein einziges Baum. Wissen Sie? Ja, denn nichts zu feuern, nichts zu essen, kein Licht. Naja, kein Strom, dann ist auch kein Wasser da. Es war sehr schmierig. Ham Hung. Vor allem die kostensparende Plattenbautechnik haben die DDR-Helfer damals eingeführt. Herr Rie ist mit seiner deutschen Zeit innig verbunden. Weil er so freundlich ist, wagen wir die Frage, nach all dem Niedergang, wäre es nicht Zeit, den Kommunismus aufzugeben? Also, ich glaube nie, dass wir andere wegschreiten werden. Dann hätten wir schon so wie so früher geschreiten. Ohne Problem dann. Aber was wir angefangen haben... Die Nähmaschine und das Jagdgewehr sind von Erich Honecker. Der schenkte immer etwas Praktisches, wie diese Pistole zum Beispiel. Noch einmal fahren wir übers Land. Seit es keinen Dünger mehr gibt, bringen die Bauern wieder Mist auf die Felder. Die Pflanzzeit hat begonnen. Die Armee hilft. Und das ist unser Ziel. Kaesong, eine 100.000 Einwohnerstadt im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Südkorea. Bei Kaesong, in einer Sonderwirtschaftszone, bauen Nord- und Südkorea neuerdings gemeinsame Fabriken. Wie die feindlichen Bruderstaaten zusammenarbeiten, hätten wir zu gerne gesehen. Aber es wird nicht erlaubt. Da wir schon einmal da sind, schauen wir uns um. Die Polizei ist hier nicht ganz so zackig wie in der Hauptstadt. Stolz ist man auf die superbreite, aber meist autofreie Hauptstraße. Vor allem aber auf die Geschichte der Stadt. Kaesong war Hauptstadt des mittelalterlichen Koryo-Reiches. Und blieb später im Koreakrieg wie durch ein Wunder unzerstört. So findet man in Kaesong die einzige Altstadt Nordkoreas. Und er ist dort zu Hause. Herr Ho, 62 Jahre alt. Ein Apotheker in Pension, den seine Freunde nur Professor nennen, weil er stets ein Buch vor der Nase hat. Für ein koreanisches Haus nimmt man erstmal große Steine als Fundament. Darauf stellt man dann Balken, ordentliche, aus Kiefernholz. Die werden mit Querbalken verzahnt, damit es stabil wird. Darauf das Dach. Und das Wichtigste ist, es muss fliegend aussehen. Verstehen Sie? Fliegend. Gewärmt werden unsere Häuser durch die alte koreanische Bodenheizung, genannt Ondol, die im Steinfundament drin ist und vom Herd der Küche beheizt wird. Es wird von unten her warm. Und dann ist das Haus immer nach Süden gerichtet, damit Luft, Wärme und immer schönes Licht hereinkommen. Für diese Wurzeln ist Kaesong berühmt. Ihr Anbau ist eine hohe Kunst, die hier in Kaesong begründet wurde. Über Koreas legendäre Kraftwurzel, die tausend Krankheiten besiegen kann, wie man hier sagt, weiß keiner mehr als er, haben die Propaganda-Brigaden viel zu tun. So etwas gibt es nur noch in Nordkorea, dem letzten streng kommunistisch regierten Land der Welt. Strahle hell, du erbroche der Arbeiterpartei, genähert von der Sonne unseres großen Führers, singen sie. Die Arbeiter achten weder auf die Sänger, noch auf die Beschallungswagen. Volksgenossen, die ihr erwählt seid vom großen Führer, erntet nun den Winterkohl. Für die Gesundheit der Volksgenossen, schlaget nun die große Herzschlacht. Euer Herz, es brenne heiß. Taek-Am ist eine von über 3000 landwirtschaftlichen Kooperativen in Nordkorea und gewiss eine Vorzeigekooperative. 650 Familien leben hier, eine davon ist Familie Ko. Von Ko-Jung-Hui lernen wir ein Wort, das den Männern in Nordkorea wichtig ist. Schicksal, das heißt essen. Morgens machen wir erst mal Essen, dann aufs Feld, dann wieder kochen und so weiter. Wir Frauen arbeiten und kochen. Die Männer wollen ja ihr Essen. Ach, es wäre schon schön, in unserer Hauptstadt zu leben. Aber dank unseres Führers haben wir auch auf dem Land alles, was wir Frauen brauchen. Als in den 50er Jahren die Bauern Kooperativen bilden mussten, war Großvater Ko dabei. Schade, dass er uns nichts erzählen wird oder darf. Aber wir sind schon froh, dass wir bei einer ganz normalen Familie Gast sein dürfen. Das ist Ausländern in Nordkorea eigentlich nicht erlaubt. Ko-Jung-Hui verbringt mehr Zeit am Herd, als er lieb ist. Der koreanische Mann will eben das Essen pünktlich auf den Tisch, dreimal am Tag. Ihr Mann, Rin Yong-Chol, leitet die Ackerbau-Brigade 1. Er sucht den Genossendirektor. Seit 2002 ist vieles anders für die Kooperativen. Sie bekommen nicht mehr alles von oben befohlen, können freier wirtschaften und Ginseng-Meister. Nun schauen Sie mal, das ist er, der Ko-Jung-Ginseng aus Kaesong. Er hat Menschenform. Oben der Kopf, dann der Körper und die Beine. Das hier ist Dreijähriger, auch schon gut. Daraus machen wir aber nur Ginseng-Schnaps, der viel exportiert wird. Aus älteren, größeren, fünfjährigen, wie diesen Wurzeln, wird Hongsan und Beksan, roter und weißer Ginseng, also sehr gefragte Medizin. Es ist auch ein Exportgeschäft. Wir verdienen damit Devisen. Vor tausend Jahren wurde in Kaesong die Wirkung der Wurzel erkannt. Heute wird Ginseng in der ganzen Welt als Vitalitätsspender und Heilmittel genutzt. Es gibt sechs Sorten weltweit. Und andere Länder haben heute auch Ginseng, aber der ist nicht echt. Unser Ginseng hat 50 Mal mehr Wirkstoffe. Das Geheimnis ist das ideale Klima, vor allem aber die Erde. Hier ist sie perfekt für Ginseng. Sie besteht aus vier Sorten Sand. Sie ist weich, wir sagen höflich zum Ginseng, der empfindlich ist wie ein Baby und auch so behandelt werden muss. Ginseng ist ein lukratives Exportgeschäft für Nordkorea. Ginseng-Felder werden stets bewacht. Und auch den Erntebrigaden sind immer ein paar Männer beigestellt, die nichts anderes tun als aufpassen. Neben dem Klima und dem Boden gibt's noch ein Geheimnis. Das sind die Menschen hier. Die sind geschickt und nutzen tausend Jahre Erfahrung. Beim Ginseng macht man immer eins nach dem anderen. Ginseng ist empfindlich. Da kann man nicht so hektisch herummachen. Ginseng verlangt Gründlichkeit. Hier war tausend Jahre die Hauptstadt der Koryo-Dynastie. Hier geht alles eins nach dem anderen. Ginseng-Felder Wir müssen uns beeilen. Der große Führergeburtstag steht nun unmittelbar bevor. Ginseng-Felder Immer am Tag vor dem Geburtstag des großen Führers werden die Neunjährigen vor dem Kim Il-sung Mausoleum zu den jungen Pionieren aufgenommen. Um in einer der legendären Scheinwohnungen zu sein, die das Außenministerium zum Vorzeigen unterhält. Immer ist alles adrett arrangiert. Immer kommt die fische Enkelin vorbei. Ob sie echt ist oder nicht, weiß man nie. Im Krieg, wenn uns zum Beispiel die Amerikaner angreifen, ordne ich die Verdunklung an. Die kontrolliere ich. Und alle folgen meiner Anordnung. Und dann schaue ich raus, ob die Amerikaner chemische Waffen einsetzen. Dafür bin ich auch zuständig. Dann verteile ich die Gasmasken. Wir sind immer bereit. Wir warten nur auf den Befehl. Wir warten nur auf den Befehl. Wir warten nur auf den Befehl. Nordkorea. Ein Land, wie aus der Zeit gefahren. Wir glauben uns zurückversetzt in die 70er Jahre, in die Glanzzeit des Kommunismus. Pyongyang erscheint uns wie eine Filmkulisse. Riesenhafte Monumente, weite Aufmarschplätze. Und über allem steht er. Der gottgleiche Kim Il-sung. Mit sowjetischer Hilfe und nach sowjetischem Modell hat er 1948 das Land gegründet. Auch wenn heute sein Sohn Kim Jong-il regiert. Präsident ist immer noch er. Der 1994 verstorbene Kim Il-sung. Er weiß den Weg. Bis heute. Aus dem Jenseits. Die Morabong-Mittelschule ist gewiss eine Vorzeigeschule. Erstaunlich ist, was hier unterrichtet wird. Englisch ist neuerdings Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen in Nordkorea. Auch die Universitäten lehren verstärkt Englisch. Und Funktionäre lassen ihre Kinder privat unterrichten, hört man. Begierig lernen die Kinder die Sprache des Feindes. Nach dem Anderen. Wir müssen uns beeilen. Der große Führergeburtstag steht nun unmittelbar bevor. Leere Straßen. Riesige Wohnmaschinen. Zurück in Pyongyang. Immer am Tag vor dem Geburtstag des großen Führers werden die Neunjährigen vor dem Kim Il-sung Mausoleum zu den jungen Pionieren aufgenommen. Verdiente Volksgenossen binden den Kindern die roten Pioniertücher um. Fünf Jahre werden sie bei den Pionieren bleiben, um dann zur Kim Il-sung Jugend zu wechseln. Die Mitgliedschaft ist freiwillig, aber es ist völlig undenkbar in Nordkorea, sein Kind nicht zur Pionierweihe zu schicken. Unser Chor macht sich bereit. Es ist früh am Morgen des 15. April. Der Geburtstag des großen Führers und Staatsgründers Kim Il-sung hat begonnen. Den ganzen Tag ziehen Betriebsgruppen, Armee-Einheiten und Familien auf den Mansu-Hügel, um sich vor der 20 Meter hohen Führerstatue zu verneigen. Während unten in der Stadt der Jong-Yong-Kor unter Dirigent Yong-Kum-Riang die einstudierte Hymne auf Partei und Führer intoniert. Am 15. April ist ganz Pyongyang auf den Beinen, großen Führers Kim Il-sung vorzubereiten. Nordkorea liebt ihn über alles. Den Chorgesang. 70 Profiköre singen allein in der Hauptstadt, über 5000 im ganzen Land, darunter viele Armeeköre. Man pflegt vor allem eine Stilform, den Heldenchor. Nicht schlecht, aber bitte gleich nochmal, sagt Yong-Kum-Riang. Und denkt dran, artikuliert, wuchtig, gefühlvoll. Bitteschön. Als Dirigent will ich vor allem das Gefühl der Zuhörer erreichen. Die Kraft des Klangs soll Ehrfurcht erzeugen, Hingabe, Bewunderung. Der Klang soll, wie wir sagen, ein treues Herz für den großen Führer bewirken. Das Stück ist übrigens ein Klassiker, eine Hymne an Partei und Führer mit dem Titel Wir werden Dir für immer folgen. Man hört es dauernd in Nordkorea. Tag und Nacht beschallt man damit Plätze und Monumente. Ständig läuft es im Radio. Wir haben Pyongyang verlassen, um zu einem mythischen, ja heiligen Ort Nordkoreas zu fahren. Eine eigens gebaute Autobahn, wie immer völlig leer, führt uns ins Myo-Yang-Gebirge. Myo-Yang ist berühmt für seine eisklaren Bäche und seine wohlduftenden Kiefernwälder. Korea heißt Land der Morgenstille. Das buddhistische Kloster Pyongyang ist tausend Jahre alt und eine Wiege koreanischer Kultur. Es ist vorbildlich restauriert und wird vorbildlich gepflegt. Zwei Mönche leben sogar in der weitläufigen Tempelanlage. Schließlich herrscht Religionsfreiheit in Nordkorea. Bei Kaesong, in einer Sonderwirtschaftszone, bauen Nord- und Südkorea neuerdings gemeinsame Fabriken. Wie die feindlichen Bruderstaaten zusammenarbeiten, hätten wir zu gerne gesehen. Aber es wird nicht erlaubt. Da wir schon einmal da sind, schauen wir uns um. Die Polizei ist hier nicht ganz so zackig wie in der Hauptstadt. Stolz ist man auf die superbreite, aber meist autofreie Hauptstraße. Vor allem aber auf die Geschichte der Stadt. Kaesong war Hauptstadt des mittelalterlichen Koryo-Reiches und blieb später im Koreakrieg wie durch ein Wunder unzerstört. So findet man in Kaesong die einzige Altstadt Nordkoreas. Und er ist dort zu Hause. Herr Ho, 62 Jahre alt. Ein Apotheker in Pension, den seine Freunde nur Professor nennen, weil er stets ein Buch vor der Nase hat. Für ein koreanisches Haus nimmt man erstmal große Steine als Fundament. Darauf stellt man dann Balken, ordentliche, aus Kiefernholz. Die werden mit Querbalken verzahnt, damit es stabil wird. Darauf das Dach. Und das Wichtigste ist, es muss fliegend aussehen. Verstehen Sie? Fliegend. Gewärmt werden unsere Häuser durch die alte koreanische Bodenheizung, genannt Ondol, die im Steinfundament drin ist und vom Herd der Küche beheizt wird. Es wird von unten her warm. Und dann ist das Haus immer nach Süden gerichtet, damit Luft, Wärme und immer schönes Licht hereinkommen. Für diese Wurzeln ist Kaesong berühmt. Ihr Anbau ist eine hohe Kunst, die hier in Kaesong begründet wurde. Über Koreas legendäre Kraftwurzel, die tausend Krankheiten besiegen kann, wie man hier sagt, weiß keiner mehr als er, Herr Ho, Apotheker und Ginsengmeister. Nun schauen Sie mal, das ist er, der Koreo-Ginseng aus Kaesong. Er hat Menschenform. Oben der Kopf, dann der Körper und die Beine. Das hier ist Dreijähriger, auch schon gut. Daraus machen wir aber nur Ginseng-Schnaps, der viel exportiert wird. Aus älteren, größeren, fünfjährigen, wie diesen Wurzeln, wird Hongsan und Baeksan, roter und weißer Ginseng, also sehr gefragte Medizin. Das ist auch ein Exportgeschäft. Wir verdienen damit Devisen. Vor tausend Jahren wurde in Kaesong die Wirkung der Wurzel erkannt. Heute wird Ginseng in der ganzen Welt einnügend. Nordkorea hat dem Führervater und später auch dem Führersohn eigene Züchtungen gewidmet. Die Kim Il-Sung-Ya, eine Orchidee, und die Kim Jong-Il-Ya, eine Begonie. Kombinate, Ministerien und Armee-Einheiten züchten über den Winter diese Blumen um die Wette. In beheizten Gewächshäusern, dem Energiemangel zum Trotz. Manche in des verbringenden Tag, zumindest den Nachmittag, im Park. Vor allem die Älteren. Oft in den traditionellen, langen, koreanischen Kleidern tanzt man alte koreanische Weisen und besingt nicht die Partei, sondern die Liebe. Manche beschließen den Tag in einem der schicken, neuen, halb privaten Restaurants, von denen in kurzer Zeit über 100 eröffnet haben. Hier gibt es alles, selbst die verbotene Coca-Cola. Für den, der Geld hat. Und manche haben es. Auch hier, wo sich die Söhne und Töchter der Bessergestellten vergnügen, glaubt man sich nicht mehr im kommunistischen Nordkorea. Die kleinen, alltäglichen Neuerungen, vor allem in der Wirtschaft, haben das abgeschottete Land schon jetzt verändert. Doch auf Reformkurs ist Nordkorea nicht. Jederzeit können die Lockerungen gestoppt werden. Denn das Land hält eisern am Kommunismus fest, präsentiert ihn an Tagen wie diesen als Operette. Junggum-Hyang dirigiert, wenn abends auf dem Kim Il-sung-Platz ein fröhliches Nordkorea inszeniert wird. Zehntausend Jugendliche tanzen. Nicht freiwillig und ohne Freude. Die Weltgeschichte hat den Kommunismus schon länger ins Museum gestellt. Nur noch in Nordkorea huldigt man einer längst versunkenen Idee. Mit Heldenchor und Fahnenlauf und dem Bild des großen Führers. Und jeden Tag, der in Nordkorea huldigt,